Alles gut und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in unserer Sendereihe Heilung gegen alle Regeln, Wege zur Gesundheit. Heute geht es um unser Grundlagenwerk How Not to Die in der deutschen Übersetzung, verfasst von Dr. Michael Greger. Wir schalten dazu mal um auf unseren Bildschirm, den wir dazu freigeben. Hier finden wir die Homepage von Dr. Greger, nutritionfacts.org. Leider nur in Englisch. Aber das Buch, um das es uns heute geht, gibt es natürlich bei Amazon auf Deutsch. How Not to Die entdecken Sie Nahrungsmittel, die Ihr Leben verlängern und bewiesenermaßen Krankheiten vorbeugen und heilen. Machen wir das hier ein bisschen weiter runter. Und um dieses Buch geht es heute. Man kann hier einen Blick ins Buch machen. Da können Sie sich ausführlich vorab, bevor Sie sich entscheiden, ob Sie das Buch anschaffen wollen, informieren über den Inhalt. Es ist gegliedert nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungen, Hirn, Krebs, Infektion, Diabetes, Bluthochdruck, Leber, Blutkrebs, Nierenerkrankungen, Auskrebs, Depressionen und so weiter. Wir gehen da mal wieder raus. Das können Sie ja in Ruhe selbst zu Hause machen. Und gehen auch mal raus aus dem Amazon-Bereich. So, zurück. Und zu unserer Homepage Heilung gegen alle Regeln. Wenn Sie runterscrollen, finden Sie hier ganz unten die Unterseite Grundkenntnisse. Und dort werden Sie dann weitergeleitet auf unserer Bürgertreif-Gesundheitsseite. Und in der Bürgertreif-Gesundheit haben wir ja bekanntlich drei Grundlagenwerke. Das bereits angesprochene Werke, wo das wir gleich noch reden werden. Dann Holistisch Gesund von Benjamin Weidig und von Sven Wöncher. Wenn Sie den Namen Benjamin Michael Greger bei YouTube eingeben, dann bekommen Sie einen Kanal angezeigt. www.nutritionfacts.org Mit zahlreichen Videos und zahlreichen Playlists. Da finden Sie also alles Mögliche, Wichtige an Informationen. Nicht ohne Grund haben wir das Buch von Michael Greger, How Not to Die, als Grundlagenwerk genommen für unsere allgemeine Aufklärungsarbeit. Und in verschiedenen weiteren Videos wird es dann aus einzelnen Kapiteln dieses Buches dann Informationen geben. Wir haben ja bereits ein Video veröffentlicht zur Neuropathie. Und Michael Greger ist immer auf dem neuesten Stand der Forschung. Für heute mag es genug sein. Mit dem Hinweis auf ein wichtiges Buch. Dr. Michael Greger, Arzt aus Amerika. Ich stopp mal den Bildschirm. Arzt aus Amerika, der sich Verdienste erwirbt und erorben hat durch substanzielle wissenschaftlich begründete Informationen, die Ihnen von den deutschen Ärzten nicht selten vorenthalten werden. Für heute herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf bald.